Willkommen zu mega und professionellem Gameplay! Heute mit Texas Hutwurf oder Sombrero Sling! Ja, ich mag ja eigentlich diese Distanz-Schieß-Wurf-Spiele. Ich guck die sehr gerne beim M.O.P., also Mythos of Playing, wenn der seine Flash-Games da vorstellt. Daher haben wir auch die Idee vom Kanal und... Aber der Name ist natürlich nicht von M.O.P. geklaut oder so. Nein, das ist Quatsch, der Name basiert auf was vollkommen anderes. Und ja, Sombrero Sling, oder besser gesagt, Texas Hutwurf. Click and halt to set the power, click and halt to set the direction, click to shoot your Sombrero, watch the wind. Achso, ja, erstmal kommt Werbung, gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin, Leute. Achso, okay. Das war nicht wirklich gut. Das war nicht wirklich gut. Okay, jetzt... Oh, fuck! Okay, ich weiß nicht, was... Ich kann ihn abschließen. Ja! 4451! Das kriegen wir besser hin. Fuck! Nein! 2651, das kriegen wir besser hin. Fuck! Ich kann einfach auf den Bildschirm klicken, dann fliegt er auch, okay. 4552, naja. Ich will mal mindestens bis 5000 kommen. Oh, das war... Nein! Oh, das war perfekt! Und? 6305, also bitte, Leute. Okay. Ah? Ah, scheiße, nur 5186. Ah! Ah, scheiße, ich hab die zweite Kugel nicht bekommen. Okay, komm schon. Nein! Fuck! Nicht so früh schießen... Äh, nicht zu spät schießen. Okay, komm jetzt, komm! Nein! Komm, das kriegen wir doch hin. Und go! Ah, 6430. Ach, komm, das war... Das war... Das ist so perfekt. Das ist so perfekt. Komm schon! 8082! Ah, ja, wisst ihr was? Komm. Komm. Ich hab' keinen Bock, meine E-Mail-Adresse zu reinstellen. Verdammt, scheiße! Okay. Ja, meine Freunde. Jukebox, okay. Das war's schon. Das war ein sehr, sehr kurzes Spiel. Ich hab leider... Äh, ich hab damit... Ich hab gehofft, dass es so ein bisschen wird, wie diese... Ähm... Wie diese Distanzspiele, wie Matt Burger, oder was hatte der M.O.P. noch, so in seinen Videos. Das mit diesem... Das mit dieser komischen Schildkröte, oder... Die waren cool, wo man so richtig Upgrades kaufen kann, mit richtigen Items noch nebenbei. Aber das hier... Ja gut, du hattest die drei Schüsse und mehr war da jetzt nicht wirklich. Ich bin bis 8000 gekommen, da drüber bin ich sehr, sehr froh. Ich denke, weiter kann man das auch fast gar nicht mehr machen. Weil das war ja schon fast perfekt... Das war ein perfekter Wurf mit den drei Schüssen noch. Ich weiß nicht, was man da noch rausholen soll. Aber ja, sehr, sehr kurzer Part. Ein bisschen schade, aber... Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schaltet in einem anderen Flaschke wieder ein, würde uns sehr freuen. Und ich sag's dahin, Tschüss!